Monolithos Monolithos, der einzelne Felsen, unübersehbar ragte aus der Landschaft heraus. Monolithos Auf diesem Felsen befindet sich die Festung Monolithos. Sie ist im Jahre 1476 von den Johannitern erbaut. Nach allen Seiten geht es steil. Und auch tief bergab. Die Festung ist niemals eingenommen worden. Ah, das ist ja was. Die Festung Monolithos liegt das Kap Fourni mit zwei sehr schönen Stränden und wunderschöner Küstenlandschaft. Das ist die alte griechische Stadt Camiros, beziehungsweise das was nach den Erdbeben vor 1800 Jahren noch davon übrig geblieben ist. Camiros war die kleinste der drei Dorischen Städte und hatte ihre Blütezeit im 6. Jahrhundert vor Christi. Die Stadt wurde an einem Hang gebaut und man hatte eine wunderschöne Aussicht von dort auf das Meer. Die Stadt wurde vor rund 2000 Jahren zweimal von Erdbeben zerstört und nach dem zweiten Beben haben die Bewohner sie nicht mehr aufgebaut. Erdbeben Kastro Cretinias ebenfalls eine alte Johanniterburg mit wunderschöner Aussicht auf Meer und Umland. Kastro Cretinias Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020